Okay, so langsam verstehe ich das Spiel. Und damit willkommen zu Five Nights at Freddy's Fear. Ja, lang ist es her seit dem letzten FNAF Let's Play. Und das zeigt sich auch an der Qualität, würde ich sagen. Jetzt, wie ihr seht, die Cam ist noch ein bisschen gleich, aber sie ist ein bisschen flüssiger. Hat jetzt eigentlich mal Beleuchtung hier oben. Leuchtet, oh mein Gott, das ist hell. Oh mein Gott, man kann mich sehen. Also man kann mich wirklich auch sehen. Sehen, sehen, ja. Das Spiel ist irgendwann 2016, glaube ich, rausgekommen. Warte, ich gucke mal ganz kurz nach. Ach nee, das Spiel ist irgendwann 2015 rausgekommen. Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall lange her, dass wir FNAF gespielt haben. Und es ist mal wieder sobald, dieser Teil hier, Five Nights at Freddy's Fear, ist womöglich der gruseligste von denen. Zumindest habe ich so den Eindruck. Wir gehen einfach mal rein und schauen uns an, warum ich das so denke. Five days until the party. And the party? Nice, ich bin dabei! What did he do this time? He locked you in your room again. Don't be scared. I am here with you. Okay. Er ist hier mit uns. Gott. Äh, welche Kleider? Nein. These are my friends. Das sind deine Freunde? Na gut, vielleicht sind das Blüschtiere. Aber warum fehlt Foxys Kopf? Hey, kann ich mit dir reden? Alter, der folgt ja mit seinen Augen. Der folgt mir mit seinen Augen. So gruselig. Klopft, klopft, kann ich bitte raus? Hallo? Bitte? Hallo? Ich bin... Hier raus. Tomorrow is another day. Morgen ist schon ein besserer Tag. Und da fangen wir an mit Nacht 1 in der schönen Schrift. Ja, und so geht das Spiel los. Wir sind hier in unserem Zimmer eingesperrt in der Nacht. Und... Naja, nicht wirklich. Also wir sind am Tag eingesperrt und jetzt in der Nacht... Nicht mehr. In der Nacht passieren komische Dinge. Das Spiel muss lang geladen. Ich weiß nicht warum. Oh, okay. Game hat geladen. So, und... Oh Gott, wie es laggt. Ich hoffe, das fliegt sich gleich. Ähm, ja, wie ihr sehen könnt, wir sind in einem Kinderzimmer. Klick hier to run to the door. Okay, das Spiel muss ein bisschen laden. Soll ich gerade. Warning, listen carefully. If you hear a briefing, hold the door shut. Für do not healing, use the flash like. Ähm, hold shift to close. X to high tips. Alles klar. Ich hasse diesen Teil. Ich habe mich so lange geweigert, das zu spielen. Weil ich den am gruseligsten finde, muss ich es zugeben. Atmosphäre macht es einfach aus. Und man muss auch hören. Man muss auch wirklich spiellaut machen. Und sich laut jumpscannen lassen, wenn man es verkackt. Weil sonst kannst du nicht durchspielen. Du musst was hören. Ja, jetzt muss das Spiel noch gerade laden. Ich weiß nicht, warum es laden muss. Aber bitte, spiel. Oh, danke. Jetzt fühl ich mich besser. So, 1 AM. In diesem Spiel ist glaube ich nicht so schlimm. Die erste Nacht. Ich weiß es wirklich nicht manchmal, ne? Wir brauchen noch keine Angst zu haben. Wegen dem Closet. Der ist erst für die spätere Nächte. Aprolechte, die sind nicht so lang. Ich muss echt, Moment, ich muss mal echt lauter drehen. Und mich laut jumpscannen lassen. Also ich merke jetzt schon, wie mein Herz anfängt zu pochen. Ich hasse diesen Teil, weil er so gruselig ist, wie ich finde. Ich glaube, ich glaube auch, vielleicht darf ich auch nicht so lange warten. Ich weiß es nicht. Was war das für ein Geräusch? Das war kein Atmen. Deshalb habe ich geleuchtet. Wow, wow. Sagen wir bitte leiser. Ich muss hören, ob mich jemand vollatmet mit Mundgeruch. So sieht Schatten aus. Okay. Ja, hinter mir auch alles gut. Super. Da ist nichts, glaube ich. Ich zitter jetzt schon, alter. Ich habe Footsteps gehört, glaube ich. Ihr solltet das Spiel auch, äh, ihr solltet das Video auch laut stellen. Vielleicht könnt ihr auch was hören. Oh, ich habe Angst. Boah, ich weiß halt wirklich nicht, wie sich das denn anhört. Wenn ich dann an der Tür stehen und mich greifen und mich essen und mich zerstückeln und mich in... Was auch immer zerteilen. Ich weiß nicht, wie lange ich da drin stehen darf in dieser Tür. Ich meine, aber die Nächte sind nicht so lang. Ich meine, die sind alle nicht so lang. Entspann dich. Es ist noch... Es ist noch... Alles okay, wollte ich sagen. Nein. Oh mein Gott. Ich habe so ein... Gehört und ich dachte, der wäre noch im Gang. Okay, jetzt weiß ich, wie sich das anhört. Okay, machen wir es nochmal. Ich weiß jetzt, wie sich das anhört. Alter, schon in der ersten Nacht. Was sage ich vorhin? Ja, die erste Nacht ist, glaube ich, nicht so schwer oder so. Ich hoffe, es ist laut genug für euch, dass ihr das auch hört. Okay. Ein bisschen warten. Äh, X. Du, halt. Okay. Wir sehen uns gleich wieder um 4 Uhr morgens. Ich weiß nicht, wieso, aber aus irgendeinem Grund muss das Spiel bei mir lange Laden. Ich weiß wirklich nicht, warum. Okay. Eine Stunde in-Game ist ungefähr eine Minute im Real Life. Bis 6 Uhr morgens, 6 Minuten in der Nacht. Ich finde, das geht noch. Besser als ein anderer, den mal Fluff spielen. 10 Minuten zum Beispiel, den ersten Teil oder so. Das wäre echt schlimm. Wow. Alter. So ein Fake-Freddy. Okay, es ist wieder 4 Uhr morgens. Die sind jetzt wieder wach, oder? Leuchten? Oh. Hii, Bonnie. Der hat uns vorhin gejumpscared. Im Leggy-Time. Tika noch nicht da? Oh. Oh. Hi. Ich muss ganz genau zuhören. Das ist echt nicht leicht. Erste Nacht. Okay. Ich höre mein Herzschlag schon fast lauter als die Scheiße. Dom, dom. Wow, wow. 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 Okay. Five, 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 five. Komm schon, das kriegen wir hin. Komm schon. Bitte. Nichts. Gut. Nächste Tor. Nichts. Gut. Umdrehen. Verpiss dich. Oh, ist schon weg. Okay. Linkstür. Nichts. Okay. Rechts die Tür. Nichts. Gut. Umdrehen. Gut. Links die Tür. Gut. Rechts die Tür. Nichts. Okay. Komm schon, das schaffe ich. Komm schon, Mann. Das ist die erste Nacht. Ich habe fünf Nächte vor mir, wenn nicht sogar noch Bonus-Content. Yes! Ich freue mich, dass ich die erste Nacht geschafft habe. In welcher Welt leben wir? Sixer Jahren erreicht's. Vier Tage bis zur Party. Vier Tage bis zur Party. Du weißt, er ist wieder hiding. Wer hidet wieder? Ah, jetzt ist die Tür offen. Er wird nicht stoppen, bis du ihn findest. Wer wird mich feinden? Fängt er mir mit seinen Augen? Nö. Okay. Doch. Tut er. Kann ich hier rausgucken? Nee. Over there. Hier? Ja? Hi! Dieser Psychic-Friend-Friend-Bär, der macht mir ein bisschen Angst, ne? Wie er so teleportiert. Schönes Zimmer. Kann ich mit Mangle reden? Mit kaputten Mangle? Irgendwie kaputt getrampelt? Nee, geht nicht. Okay. Dann in eine andere Richtung. Ja, ja. Du folgst mir. Hö, hö, hö. Hi! Na? Was geht? Oh. Da ist der Volkskopf. Tomorrow is another day. Morgen ist ein anderer Tag. Ein besserer Tag. ein Fun-Riff-Plush-Trap. Halt Control to use Flashlight. Okay. Let's go. Ich muss auf dem X bleiben. Okay, let's go. Hi, Plush-Trap. Ich hab 90 Sekunden ungefähr. Oh. Hi. Oh, fuck. Ich muss ein bisschen länger warten. Scheiße. Er bewegt sich gar nicht. Okay, ich warte jetzt bis 45. Keine Ahnung. Jumpscam mich halt. Er bewegt. Er hat sich bewegt. Fuck. Fuck. Hi. Fuck. Ich hab zu viel Schiss, alter. Das hier links. Ja. Hey, das war gar nicht mal so schwer. Nice. Oh. Nacht. Tür. Nummer zwei. Ja. So geht diese Nacht los. Wenn's lädt. Natürlich. Oh. Oh. Läuft alles? Es läuft. Ja? Doch. Es läuft. Alles klar. Oh. haben mich gekillt worden super jaja das so von euch jetzt direkt bonnie bonnie leuchte du kannst du spiel hängt warum hängt es spiel abgekürzt lol alter mein spiel ist so richtig instabil so ich hoffe das spiel geht jetzt wieder ja ok schön habe ich das ganze mit fun with plush trip umsonst gemacht anscheinend ja dreht bitte um da ist bestimmt jemand ich kann nicht leuchten war das ok jetzt fühle ich mich besser boah ich habe echt schiss manchmal ne dass einfach so ein animatronic davor steht oder was für immer was auch immer das jetzt für viecher sind aber ich muss mir da schon vorstellen was machen die da eigentlich wenn sie da vor der tür stehen ich meine die können doch einfach direkt reinkommen die tür steht offen die ist offen ob das war ich nicht fuck oh fuck das war schlecht oder bin es denn tot maybe das spiel ich doch niemals durchgespielt alter was mir da auch einfällt wenn die da vor der tür stehen und ich da auch vor der tür stehe so wie jetzt was denken die sich denn so können mich doch direkt am scannen nur die warten da bis ich irgendwas mache leuchten worum geht es nicht oh weil der bonnie war niemand die starren mich so an komm ich will nicht beißen und mehr passiert da nicht auch ein bisschen weird ne ein bisschen awkward die sind jetzt nicht so die klügsten da hatten wir schon klügere animatronics aber ey ich meine die haben den besten ort ausgewählt immerhin ich weiß es nicht okay das war nicht das war nur bei ambience okay zwei morgens fuck bonnie wird hier sein nein irgendwer klingelt da in game oder was auch immer das für background sound sind ich höre nichts ich habe so ein gehört und ich dachte die steht da jetzt einfach schon direkt vor der tür aber anscheinend noch nicht oder so fuck fuck ich hatte die stand da schon anscheinend nicht ach bin ich schlecht dass auch jedes mal alles laden muss ne auch nervig da geht jemand ja okay footsteps glaube ich bedeuten nicht dass die da sind also ich kann dann leuchten wenn ich die höre also ich glaube nur die tür zu schließen wenn die so machen machen ich glaube aber footsteps ist noch alles okay ja wenn ich so gar nichts habe ich auch voll schiss wie viele waren wir gerade vorhin zwei ja ich habe footsteps gehört habe einfach geleuchtet footsteps aber das ist komisch die footsteps kommen so noch ganz hinten ins ohr und nicht vorne das macht es definitiv schwieriger nicht im positiven sinne das ist scheiße programmiert und nichts dann ist auch keiner nix hör nix da 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 Ich hab nichts gehört ich hab nichts gehört D.F. Ich schwöre euch, ich habe nichts gehört. Und hätte ich länger warten sollen? Ich brauche ein Tutorial. Okay, ich versuche es jetzt nochmal. Ich habe mir jetzt die Audiodatei angehört, wie das Breathing sich anhört. Man hört irgendwie die ersten, weiß ich nicht, die ersten fünf Sekunden, hört man das gar nicht so gut. Erst danach hört man so... Erst dann hört man es so richtig. Also ich denke mal, dass ich so ein bisschen länger warten werde. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Irgendwie so vielleicht. Mal schauen. Da habe ich was gehört, aber da war nichts. Hi. Da habe ich was gehört. The fuck? Ich weiß zum Glück, wie Foxy funktioniert. Oh, ist weg. Trotzdem scheiße, dass er da drin ist. Nichts. Bis dich. Ich kann wirklich nicht so viel kommentieren. Das tut mir wirklich leid, aber... Es geht nicht. Es geht nicht. Ich muss wirklich auf die Audio-Queues hören. Das ist immer noch weg. Gut. Hi. Ja. Sonst schaffe ich das Spiel nicht. What the fuck? What the fuck? Bis dich. Spaß. Was war das? Was hat er geflasht? Ist das Foxy? Oh fuck. Foxy? Ne, das sind die Fatals, glaube ich. Hinter mir. Keine Ahnung, was es ist. Wow, wow, wow. Oh, es blinkt wieder. Nichts. Hi. Gut. Tschüss. Piss dich, Bastard. Der ist da. Er ist nicht da. Doch, er war da. Das war richtig. Nicht da. Okay. Alter, waren schon zwei. Ich muss schneller. Nichts. Es blinkt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was das ist. Ihr hört jetzt alles, dass du mehr Angst hast. Habe ich. Ich weiß noch gar nicht, wie lange ich hier zuzuhalten muss. Ich brauche Tipps. Ah, atmet. Okay. Das war sowas von eindeutig. Nichts. Das war bisher das eindeutigste Atmen. Hinter mir. Gut. Das flackert die ganze. Was ist das? The fuck ist das flackern? Warum flackert es? Ja. Okay. Bisschen warten muss man. Das bringt mich wirklich aus der Ruhe, dass es die ganze Zeit flackert, ne? Seid ihr das? Oh, 5WM. 5WM. Okay, langsam verstehe ich das Spiel. Ich habe nichts gehört. Um 12 Uhr schon da. Der war um 12 Uhr schon da. What the fuck? Ich habe nichts gehört. Ich habe nichts gehört. What the fuck? Boah, alter. What the fuck? Chica ist so ein Arschloch. Bonnie kriege ich jetzt langsam hin, aber Chica, alter. Ich habe nichts gehört. Wo flackert es? Ich brauche, bitte. Sie ist da. Fick dich Und ihr auch Komm schon, es ist fast vorbei Oh mein Gott, endlich, Alter, war das schwierig Also mein Herz Ich kann nicht mehr, Leute Ich kann nicht mehr Oh Mann So, und dann würde ich sagen Ich hoffe, euch hat es gefallen Wenn ja, dann bitte seid auch in der nächsten Folge dabei Wenn ich mir Nacht 3 gebe Und ja, bitte Seid seelisch für mich dabei Ich habe Angst